Beachte bitte unseren Disclaimer. Bleiben Sie nicht im Bett, außer wenn Sie im Bett Geld verdienen können. George Burns. Und damit herzlich willkommen bei unserem neuen Quick Check. Marcel, ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Ja, danke. Geht's dir gut? Ja, sehr gut. Und vielen lieben Dank natürlich wie immer an unsere Community, die fleißig kommentiert und abgestimmt haben. Und wir sprechen heute über eure Top 5. Und es ist wieder eine spannende, ja, eine spannende Top 5 zusammengekommen, oder? Wie siehst du es? Richtig, mit Waste Management und Financial Group, also sprich die Tochter von Alibaba, die jetzt an die Börse kommt. Kavios, zum zweiten Mal dabei. Richtig. Nach der Folge 3 ist es jetzt wieder mit dabei. Fastly und 2G Energy. Ich finde, es ist ein toller Mix. Also bleibt auf jeden Fall dran, weil am Ende investieren wir natürlich wie immer 10.000 Euro. Und wir starten jetzt mit Waste Management. Und sie verdienen, ja, ihr Geld damit, dass Leute ihren Müll wegschmeißen in der USA und natürlich auch trennen, recyceln. Und sie bereiten das Ganze wieder auf. Ich persönlich finde, es ist ein tolles Unternehmen. Wie siehst du das? Richtig, genau. Also man kann sich das wirklich bildlich vorstellen. Für normale Kunden kommen die einfach wirklich an die Straße, vor deinem Haus gefahren, mit deinem Müll mit. Und das Gleiche machen wir natürlich auch für Business-Kunden und eben noch größeren Lösungen. Ja, super Unternehmen, fundamental sehr, sehr stark. Natürlich auch immer relativ hoch bewertet aufgrund der Sicherheit. Das stimmt. Bewusstheit, es fällt immer Müll an. Und es wird ja auch tendenziell immer mehr. Und tendenziell wird es immer mehr. Das stimmt, ja. Das sieht man auch am langfristigen Chart. Richtig. Wir haben einen Qualitätsscore. 13 von 15 Punkten. Stell dir mal vor, du hättest im Jahr 1988 1.000 Dollar investiert, dann wärst du jetzt schon, also mehr als ein Ten-Bagger, 21.000 Dollar Durchschnittsperformance. Der letzten zehn Jahre kann sich auch sehen lassen. 12,92 Prozent. Also auch hier mehr als die sieben bis neun, die wir durch ein Investment in den MSCI World erwarten dürfen. Es gibt eine Dividende, aber auch hier, Robustheit und Qualität hat ihren Preis. KGV 29,03 finde ich persönlich doch sehr hoch. Aber sie sind dennoch auf meiner Watchlist. Genauso mit Republic Services, wo ja auch Bill Gates, der uns alle impfen lassen möchte, ZwinkerSmiley, auch mit investiert ist. Ich finde, es ist ein spannendes Thema. Wir haben ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, Veolia will ja ihren Konkurrenten in Europa übernehmen. Suez könnte man sich auch einmal anschauen, wenn man in diesen Bereich investiert sein möchte. Ich suche aktuell noch nach einem globalen Champion. Ich würde gerne global in dieses ganze Thema Wasseraufbereitung, Recycling und natürlich auch Waste Management investieren. Wenn du, lieber Zuhörer oder Zuschauer, hier einen Tipp für mich hast, schreib mir das gerne in die Kommentare. Marcel, wie siehst du es in diesem ganzen Sektor? Ist das für dich ein Sektor, in den du investieren würdest? Ja, an sich schon. Es ist natürlich ein relativ langweiliger Sektor. Also bei jedem, der sagt sich kaufe und lass liegen, dann ist das natürlich eine super Sache. Ja, man braucht natürlich Geduld und natürlich sind die ganzen Müllentsorgungsunternehmen häufig auch sehr regional oder zumindest regional gebunden. Deswegen ist es gar nicht so leicht, einen globalen zu finden. Ich habe gesehen, wenn jetzt Veolia mit Suez zusammengehen würde, habe ich eine Präsentation gesehen. Weißt du, wie viel Marktanteil die weltweit hätten? Was schätzt du? Am gesamten globalen Markt? Müllmarkt? Müll, sie wären der Weltmarktführer. Ja, dann fünf. Ja, fünf Prozent. Echt? Ja. Ja, okay. In die Normalität hinein. Und jetzt hat man eigentlich doch einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend. Das zeigt die rote Linie. Und ich glaube, die wird sich jetzt auch so weiter fortsetzen, bis dann mal wieder ein ganz klassischer Rücksetzer kommt im Aufwärtstrend. Ja, man muss auch dazu sagen, was Waste Management hervorragend macht. Dividenden steigern, sie haben ihre Verschuldungen im Griff und dazu, sie kaufen regelmäßig schön Aktienrückkäufe. Also betreiben sie Aktienrückkaufprogramme. Sie sind oft auch bei Mad Money, höre ich ja ganz gerne. Jim Cramer schaue ich mir gerne an von CNBC aus der USA. Ja, ich bin ja schon ein Riesenfan. Ich meine, er ist auch Fan. Und er hat auch regelmäßig Waste Management bei sich im Gespräch. Genauso wie Paychecks. Durch ihn bin ich auch auf Paychecks gestoßen. Wir sind der Meinung, es ist geeignet für jeden, der, wie du schon sagtest, etwas Langweiliges im Depot haben möchte und der auf Dividendenwachstum langfristig setzt. Unsere Meinung bei Untold, ist es für dich ein Investment Case? Ja, das schon, das schon. Ich glaube, ich würde bloß einfach immer wieder was anderes, noch Neueres oder Besseres finden, aber... Was Spekulierendes. Eigentlich ist es schon was, was man halten sollte. Ein solider Pfeiler im Depot könnte es schon sein. Ja, das Rückgrat. Machen wir weiter. Nach dem Rückgrat kommen wir zur Ant Financial Group. Und Sie sind ja das IPO von Alibaba. Das heißt, der ganze Finanzbereich von Alibaba wird dann outgesourced mit Payment. Ganz bekannt ist natürlich auch Alipay. Und wir schauen uns jetzt natürlich nochmal an, ja, weil man hat im Moment so ein bisschen die Chance, beides noch zu bekommen, bevor es das Spin-Off gibt, das IPO. Das heißt, wir schauen uns Alibaba an. Und hier haben wir natürlich ein tolles Unternehmen. Ich würde es dir überlassen, jetzt mal kurz zu sprechen, weil du bist ja auch investiert. Ja, das stimmt. Alibaba natürlich, jeder kennt es, ist natürlich ein riesen, ja mittlerweile fast schon ein Konglomerat vielleicht, also ein modernes Konglomerat in China, was natürlich nicht nur vertreibt, sondern eben auch viele, viele Tochterfirmen hat, wie unter anderem auch Ant Financial. Und das ist ja das, ich sag mal, das höchst bewertete Fintech überhaupt auf dieser Welt. Mit 200 Milliarden Dollar kommen die an die Börse, das ist ja, also bekommen die die Bewertung. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und der IPO ist ja jetzt bald und klar, man kann sich überlegen, Ant Financial zu kaufen, wenn man sagt, das ganze Fintech ist genau das, was ich möchte. Oder man ist einfach bei Alibaba noch investiert, wenn am Ende kommen, glaube ich, nur 10 bis 15 Prozent an die Börse und der Rest ist bei Alibaba. Ich glaube mal, alles, was Ant Financial profitiert, wird auch an Alibaba nahezu weitergegeben. Insofern ist das, denke ich, wäre für mich weiterhin der Investment Case zu sagen, ich bleibe bei Alibaba. Ja, viele denken ja immer, es ist so das Amazon von Asien, ist es aber nicht ganz, das ist rjd.com. Alibaba setzt ja vielmehr auch auf, ich sag jetzt mal, regionale Händler, die darüber über die Plattform ihre Produkte vertreiben. Also sie gehen gar nicht so groß auf die Verdrängung, sondern eher mit auf die Partnerschaft. Ich finde, es ist ein tolles, spannendes Geschäftsmodell. Ich möchte auch hier persönlich bald auch mal einsteigen. Qualitätsscore 15 von 15 Punkten, müssen wir nicht drüber reden. Auch ein KGV von 34 bei so einem Wachstum, wir sehen es, ist völlig rechtfertigt. Seit sechs Jahren steigt der Kurs im Schnitt im Jahr um über 20 Prozent. Auch das rechtfertigt so ein schönes KGV. Und ja, hättest du 2014.000 Euro investiert, wärst du jetzt auch schon, hättest du dich schon verdreifacht, aber ich glaube, hier muss man doch ein bisschen, ja, man muss ein bisschen Ruhe mithaben. Also es wächst wahrscheinlich nicht so schnell vom Kurs her wie Amazon, aber wir sind hier doch schon deutlich profitabler als Amazon. Genau, richtig. Das kann man durchaus so sagen. Das sieht schon echt stark aus, sieht man ja auch in den Balken, die durch die Höhe schießen. Wie schaut es denn eigentlich beim Chart aus? Genau, den langfristigen haben wir gerade gesehen, den 6-Jahres-Chart und jetzt hier mal den kurzfristigen. Und hier sieht sich ja auch ganz klar diese goldene Linie von links unten nach rechts oben. Das ist auch ein Aufwärtstrend, der sich vor allen Dingen auch trotz Corona etabliert hat. Da ging es wieder zurück auf die Linie. Man sieht das hier bei der Höhe des Aprils etwa von diesem Jahr. Dann kam die Gegenbewegung, die war auch vorherzusehen, weil eben auch die zwei Kerzen immer wieder Gas gegeben haben unten, die so leicht ein Tocht haben. Und ja, danach gab es eine tolle Rallye wieder aufs Allzeithoch. Und dann kam der Ausbruch. Das ist das, was wir oben sehen, diesen Wipfel. Und diese Konsolidierung hat sich jetzt nach oben wieder aufgelöst mit einem Ausbruch auf das Allzeithoch. Und von dort aus vielleicht nochmal ein kleiner Rücksetzer oder das IPO kommt jetzt und dann geht es hier nochmal weiter durch die Decke. Das könnte sein, wenn dann die Bewertung von Ant Financial in die Alibaba-Aktie dann noch mit einfließt. Genau. Für wen ist es geeignet? Also für mich wäre es ganz klar Buy and Hold und den Rest darfst du gerne erläutern. Genau, Buy and Hold und natürlich auch Trader, die eben genau solche Chart-Segmente dann einfach mitspielen. Das ist ja klar. Spekulanten, die jetzt eben sagen, Alibaba wird noch viel mehr davon profitieren, auch durch dieses IPO von Ant Financial. Und High Growth, klar, es wächst wie Wolle. Und ich sehe da auch noch so viel Potenzial, wenn das mal international irgendwann alles ausgerollt wird, wenn die Globalisierung stattfindet, wir vielleicht auch ein anderes Rechtssystem haben. Ja, selbst alleine in China ist ja noch nicht jeder am Internet angeschlossen und vor allem noch lange nicht jeder im Mittelstand. Also selbst da gibt es ja noch so viele Wachstumsmöglichkeiten, das ist ja alleine nur dieser Bereich. Und wenn jetzt vielleicht noch irgendwann doch Indien oder was auch immer in Asien noch dazukommt, dann ist das noch ein viel, viel höheres Wachstumspotenzial. Aber eins muss man immer dazu sagen, es ist die chinesische Regierung dahinter. Und hier muss man immer aufpassen, dass dieser Einfluss zu hoch ist. Das auf jeden Fall. Schauen wir uns Kabius an. Du hattest es schon gesagt, in Folge 3 haben wir schon gesprochen darüber. Du bist ja gestern, als du die Hülle der Löwen geschaut hast, bist du da ja voll durchgegangen und hast dir ja alles angeguckt. Deswegen, ja, für mich wäre es kein Investmentqualitätscore 3 von 15 Punkten. Aber was hast du denn so herausgefunden? Genau, also ich habe das jetzt nochmal tiefer erforscht, das Ganze. Und habe da einfach mal die Seite aufgemacht, versucht mir das zu erklären. Das Produkt, das haben wir ja in Folge 3 schon gesagt gehabt, ist ja an sich nicht wirklich komplett marktreif offensichtlich. Man hat dieses Enzym, was es einfach schafft, Plastik zu zersetzen. Also es ist schon möglich, dass man dieses Enzym bei der Produktion von Flaschen, von Verpackungen einfach mit integriert. Sodass, falls diese Flasche dann einfach wirklich im Meer landet, nach wenigen Wochen oder nach einer geringen Zeit, sich hundertprozentig so zersetzt, dass es umweltverträglich ist und wirklich nichts mehr nachweisbar ist. Unglaublich. Also das Enzym kann wirklich diese Polymere komplett auflösen und dieser Prozess ist natürlich eigentlich völlig disruptiv, vor allem auch für Müllentsorger, weil die ja dann das eigentlich gar nicht mehr machen müssten. Also je nachdem. Und dann haben die ja noch die Möglichkeit, innerhalb ihres Unternehmens quasi alten Müll mit zurückzunehmen und den aufzulösen. Ist eine schöne Geschichte, ist natürlich wahnsinnig wichtig, auch in dem Zeitgeist trifft das absolut. Und ich stellte mir dann einfach die Frage, weil es auf der Webseite nicht hervorging, wie verdienen die jetzt Geld? Verkaufen die das Enzym an die Hersteller von den Produktflaschen oder auch an den Silgen oder wie auch immer? Ja. Oder ja, die Maschine, die das recycelt? Ich weiß es nicht. Das konnte ich nicht sehen und es gab auch keine Lösung. Vielleicht kann uns da meiner aufklären. Ich finde, die Geschichte ist auch gut. Ja, super. Nur fundamental ist halt eine Million Umsatz noch. Das ist halt nichts da. Also die Frage ist, was verkaufen sie? 50 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Was verkaufen sie? Das ist die Frage. Jetzt verkaufst du uns aber erstmal den Chart. Ja, da hat man gesehen, okay, hier wird doch irgendwie getrieben von vielleicht irgendeiner Zeitschrift, die wir nicht ansprechen wollen. Also man kann sich das wahrscheinlich denken. Immer mal für einen Highflyer gut. Und dann sieht man halt hier den Anstieg, der ist ja wirklich rasant gewesen. Das war ja auch schon in Folge 3 zu sehen. Dann gab es jetzt die Konsolidierung. Jetzt erst in den letzten Wochen und Monaten in Richtung 23 Euro. Und dann sieht man eine schöne Tasse und jetzt bildet sich gerade der Henkel aus. Und wenn der Henkel dann einmal bricht, das heißt nach oben ausbricht, über diese schräge, diagonale, orangenen Linie, dann wird der Aufwärtstrend sicherlich fortgesetzt, wenn das kein Fehlausbruch ist. Aber häufig, und hier stehen die Wahrscheinlichkeiten, gut, geht es jetzt erstmal weiter. Die Frage nur, ist diese fundamentale Bewertung dann gerechtfertigt? Vermutlich unterbewertet sogar, wenn das Unternehmen das kann, was es verspricht. Genau, wenn die wirklich die Chance haben, diesen Markt plötzlich, die haben ja viele Partner. Das ist ja nicht so, dass die jetzt hier aus Blauer gehen. Pepsi, L'Oreal, also schon auch Global Player mit dabei. Die Frage ist halt nur, ob sie diese PS auf die Straße kriegen können und das auch in, ich sag mal wirklich, monetären Einheiten zurückbekommen. Und genau das ist eigentlich das auch, was es zu dem führt, was wir sagen, wenn wir sagen, für welche Anleger ist es geeignet, Spekulanten. Und hier muss jeder selber entscheiden, ob es ein Buy, Hold oder Sell ist, weil, ja. Und Grünromantiker. Ja, und Grünromantiker. Robert Habeck ist bestimmt investiert. Eigentlich müsste er, genau. Also es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, das ist wirklich rein, wenn ich sage, ich habe dieses Grün gewissen, ich will, dass es sich durchsetzt. Dann kann ich immer sagen, ich investiere dort, weil letztendlich Geld, Investitionen helfen, ja. Richtig. Das ist ja da schon ein direkter Support, finde ich gut. Aber für jemanden, der sagt, ich will ruhig schlafen, ist das definitiv nichts. Aber ich finde das ziemlich cool, dass sie auch, also unserer Community muss man hier ein großes Lob machen, dass sie trotz, obwohl wir es in Folge 3 hatten, das jetzt wieder reingewählt haben. Somit wurden wir auch wieder gezwungen, uns damit zu beschäftigen. Und man sieht ja auch, der zweite Blick ist ja schon wieder ein ganz anderer, wie wir beim ersten Mal hatten. Da haben wir es ja völlig abgelehnt. Genau. Also auch genug, dass die Idee halt schön ist. Richtig. Also vielleicht kommt es ja nochmal irgendwann ein drittes Mal. Und jetzt möchten wir einfach auch nochmal Danke sagen an dich, dass du unseren Kanal abonniert hast. Gib uns gerne ein Like. Schau dir gerne unsere Watchlisten an. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig über einen Kommentar, ein Feedback oder auch eine iTunes-Bewertung bei Apple für unseren Podcast freuen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ja, kommt auch gerne an unsere Facebook-Gruppe, folgt uns auf Instagram und werdet auch gerne Mitglied bei uns auf YouTube. Jetzt. Die letzten zwei. Und jetzt machen wir ein bisschen schnell. Jetzt machen wir ein bisschen Fastly. Und wir sprechen über das, was das Internet schneller macht, wenn ich es so richtig verstanden habe. Qualitätsscore grottige 2 von 15 Punkten. Darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Es ist ein Wachstumswert, sind wir uns ja auch einig. Und hat dieses Jahr schon über 300 Prozent zugelegt. Also auch unglaublich, Performance im Schnitt pro Jahr, 184 Prozent. Damit können wir leben. Wie findest du denn das Unternehmen? Das dürfte doch eigentlich etwas für dich sein, oder? Ist es auch. Ist es auch. Fastly ist natürlich mit Akamai, mit Cloudflare, sind das natürlich Unternehmen, die unsere Internet schneller machen. Also wenn man sich fragt, warum dauert das hier gerade wieder ewig, dass meine Seite sich öffnet, liegt das daran, dass der jeweilige Betreiber eben nicht ein Kunde ist von Fastly, Akamai und Co. Und das möchte ja keiner, weil keiner möchte, dass man zur Konkurrenz geht. Richtig. Und deswegen versucht man natürlich hier relativ schnell mit Knotenpunkten das Internet, also ganz leicht gesprochen, mit Knotenpunkten das Internet vom, ja, denjenigen, der diese Seite erstellt hat, bis zu dem Nutzer, also wir, wenn wir gerade wieder eine Seite öffnen, einfach deutlich, ja. Es ist wie die Autobahn. Es ist wie eine Autobahn, genau. Man kann sich das ja angucken auf der Webseite, da haben wir ja auch eben gerade gemacht und einfach mal geschaut, wo sitzen diese Knotenpunkte und dann musst du halt überlegen, wenn du jetzt streamst von einem Anbieter zum Beispiel aus der USA und dann fährst du über die Autobahn, also oder wie durch so einen Tunnel oder bist gebeamt so ein bisschen und musst dann noch ein bisschen Landstraße fahren, bis du da bist, so stelle ich mir das ganze Thema vor. Und wirst an den jeweiligen Stationen einfach nochmal mit einem Push wieder beschleunigt, sodass es eben wieder schnell ist und vor allen Dingen auch immer, ja, vorrätig, dass es eben nicht aufhört und nicht dieser Kreis läuft, hier muss kurz gepuffert werden. Das soll halt nicht auftreten. Und da ist Fastly natürlich sehr, sehr gut, sehr, sehr stark, der Markt ist riesig. Das stimmt. Deswegen können ja auch mehrere Player definitiv langfristig Erfolg haben. Und so viele gibt es ja gar nicht. Also wir haben die bekannten Akamai, Fastly und Cloudflare. Cloudflare ist gar nicht so schnell gewachsen wie Fastly, finde ich auch ziemlich interessant. Also gut, was heißt nicht so schnell? Die haben sich auch verdoppelt, aber sie haben sich nicht verdreifacht. Also muss es hier ja auch irgendwo einen gewissen Unterschied geben. Sind auch länger dabei, machen mehr Umsatz. Also es sind natürlich mega hoch bewertet. Wir haben ja wirklich einen richtig technisch, höheren Tech-Sektor, der halt wieder Gas geben kann und natürlich die Zukunft verändern kann. Das ist ja klar. Es wird immer mehr Datenströme geben im Internet, wird immer mehr Filme bei Netflix und so weiter und so fort geben. Und gerade auch das Gaming wird ein Riesenbereich sein, wo du unheimlich viel PS auf dieser Leitung brauchst. Deswegen ist Fastly sicher nicht von gestern. Apropos von gestern. Ist der Chart von gestern oder schon von morgen? Ja, so lang ist der Chart ja noch nicht, weil das IPO noch nicht so lang her ist. Und man sieht ja hier bei dem Grünfall, der Ausbruch, da kamen dann diese Gratalzahlen, die waren ja wirklich utopisch hoch. Und das ja nach, also noch während der Corona-Krise und da ging es dann richtig hoch. Jetzt hier eine kleine, naja, ich weiß nicht, ob das zu kurzfristig ist, aber das sieht mir nach einer Schulterkopf-Schulterformation aus. Das ist eigentlich erstmal eine Trendwende, wenn das eine ist, wenn die sich auch auflöst, so wie es eben charttechnisch hergibt, dann könnt ihr nochmal runtergehen in Richtung 40. Oder, ja, es wird halt ein Fehlausbruch oder es ist am Ende doch mehr bullisch und vor allem wieder mit Nachrichten getrieben, Top-Nachrichten, Top-Quartalszahlen oder was auch immer. Dann geht es hier relativ schnell auch wieder Richtung 120 und dann sehen wir eben noch eine viel stärkere Rallye. Für wen ist es geeignet und das ist eher so dein Segment? Ja, Trader, klar, logisch, wenn man hier Chart-Techniken sieht, Spekulanten selber, die sagen fast, die hat ein Produkt, was einfach besser ist als Akamai, dann Gas. Und High Growth, wissen wir ja, haben wir ja gesehen, deswegen sind wir hier auch nicht ganz einig, weil du würdest jetzt gar nichts machen, also kaufen, würdest du es einfach ignorieren. Andere würden sagen, kaufen und halten, liegen lassen. Also wenn ich in diesem Bereich, ich finde die Idee spannend, super, ich würde mir aber doch eher mal Akamai angucken. Apropos angucken, der Peter schreibt auch dazu gerade eine Analyse. Stimmt. Ich denke, sie kommt diese oder nächste Woche, würden wir dann natürlich auch nochmal euch informieren. Apropos informieren, du warst ja letzte Woche, als ich im Urlaub war, hast du ja für unsere Community eine Bechtler-Analyse geschrieben. Link dazu findet ihr natürlich jetzt auch in den Shownotes sehr ausführlich. Wir haben auch beim Management einfach mal nachgefragt und wir haben sogar Antwort bekommen. Das finde ich immer super. Das ist wichtig. Ja, super klasse. Wer fragt, der sollte auch Antworten bekommen. Richtig. Ne, ist schon eine spannende Geschichte, Fastly und ich glaube, langfristig sicherlich kein Fehler und hier kann man ja auch, es verbietet ja auch keiner bei den Trading-Gebühren, einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt mal Gewinne mit und steige später wieder ein. Das ist eine super Nummer. Oder man lässt Gewinne laufen und zieht sein Investment aus. Genau, und dann hat man, ja, das ist eigentlich auch mal eine Taktik. Spielt mit dem Haus des Geldes. Richtig. Ne, mit dem Geld des Hauses. Keine Chance. Spoiler. Jetzt kommen wir zu unserem letzten 2G Energy AG, also die 2G Energie AG, der Hersteller von Blockheizkraftwerken aus Deutschland. Wir sehen Qualitätscore 11 von 15 Punkten. Das macht die ganze Sache nochmal interessant. Durchschnitts-Performance der letzten 10 Jahre 18,61%. Das macht es natürlich noch interessanter. Hättest du 2007 1.000 Euro investiert, 8.418 Euro wären daraus geworden. Damit kann man leben. Es gibt eine Dividende. Wir haben ein hohes KGV, aber es scheint ein schönes Wachstum zu geben, wenn wir uns die Treppe seit 2015 mal angucken. Und ich denke, wir haben hier einen Gewinner vielleicht auch vom Green Deal und von Nachhaltigkeit. Wie siehst du das denn? Ja, absolut. Und wieder auf einer Community ein grünes Unternehmen. Richtig. Das ist ja auch irgendwo ein Indikator, dass wir hier relativ grünen Unternehmen vor uns liegen haben. Und 2G Energy, ja, vor allen Dingen in den letzten Monaten und vor allen Dingen seitdem, dass wir dem Green Deal und auch mit Fridays for Future und Co. Ja, ich sag mal, immer publik wird oder noch deutlicher ins Bewusstsein kommt, haben wir hier auch einen Kursanstieg. Denn wir sehen das hier von 2012 bis 2019 ist ja im Prinzip nichts passiert. Also da gibt es das ganze neuen Schub. Ich finde das schon sehr, sehr gut. Apropos Schub, hat der Chart auch einen Schub? Kurzfristig eben auch wieder. Der Aufwärtstrend, der ist ja eingeläutet worden, haben wir ja gerade gesehen. Und auch jetzt kurzfristig sehen wir oben eine super Konsolidierung, keine großartigen Verkäufe. Und dann geht es relativ schnell mal in Richtung 90. Finde ich schon ziemlich praktisch. Ja, für wen ist es geeignet? Sie zahlen eine Dividende, sie steigern die Dividende. Trader und Spekulanten, kannst du nochmal kurz erwähnen? Genau richtig, auch wieder hier Chart-Technik. Oder wenn man sagt, das kaufe ich jetzt aufgrund der Bewertung, weil vielleicht das eben noch nicht so stark gestiegen ist wie andere grüne Unternehmen. Und ja, Spekulanten natürlich, die sagen, die werden sich hier voll durchsetzen und werden von diesem Green Deal, kann man absolut nachvollziehen, das wäre eine ganz logische Schlussfolgerung, weiter dran gewinnen. Wir kennen auch eine Werbio, da haben wir uns mal beschäftigt mit. Biokraftstoffe machen diese. Genau, das sind wir auch wieder im ähnlichen Segment. Nicht ganz gleich, aber dann ähnlich. Ich glaube, man muss viel aufpassen, wenn man im Moment in diesen Bereich investieren möchte. Ich glaube, hier haben auch einige eine hohe Bewertung, wo diese nicht gerechtfertigt ist. Und ja, ich zum Beispiel bin ja auch in den Carves investiert. Ich denke, hier muss man einfach aufpassen, in was wir noch investiert sind, erfahrt ihr am Ende der Woche in unserem Depot-Rückblick-Podcast. Dieser kommt am Freitag. Also jetzt interessiert uns natürlich, wie immer, also buy, hold and sell. Wir können nicht wirklich sagen, ob wir jetzt investieren würden. Ich glaube, persönlich würden wir dort nicht investieren. Ich hätte andere grüne Unternehmen im Fokus. Kann es aber nachvollziehen, wenn man hier sagt, ich kaufe. Ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wieso, weshalb und warum würdest du kaufen? Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wer darf es als nächstes sein? Schreibt uns das gerne hier in die Kommentare. Die Abstimmung läuft bei Facebook oder natürlich auch bei Instagram. Und Marcel, wir investieren jetzt wie immer 10.000 Euro. Swinkersmiley. Und jetzt fangen wir mal an. Waste Management. Erklär uns doch mal, 3.000 Euro hast du in Waste Management investiert. Wieso, weshalb und warum? Genau, also wenn ich 10.000 Euro hätte, würde ich in der heutigen Auswahl von den fünf Unternehmen Waste Management 3 zugestehen, einfach weil es wirklich ein Rückgrat ist. Hier kann man langfristig nichts falsch machen und ist gut aufgehoben. Du hast ja gleich völlig übertrieben. Ja, ich habe ja Angst, ich habe ja Angst vor Fastly und Co. Ja, das geht ja alles zu schnell, technische Entwicklung. Das ist mir zu schnell, ja und ich glaube nicht ans Beamen. Wird sich eh nicht durchsetzen. And Financial Group, hier sind wir beide uns einig, den Fintechs gehört auch mit die Zukunft. Dieser Markt ist noch lange nicht am Ende, jeder 2.000 Euro. Und wir würden aber vermuten, würdest du eher direkt investieren oder über Alibaba? Ich bin ja bei Alibaba investiert, also wer möchte, kann ja auch gerne nochmal mein Depot anschauen. Ich habe das ja jetzt veröffentlicht. Richtig. Das hatten wir letzte Woche im Podcast. Und da bin ich in Alibaba drin und bin super zufrieden damit, weil ich ja weiß, dass ich dann auch And Financial Indirekt mit habe. Link dazu gibt es auch mal in den Shownotes über die gesamte Depotauflistung von Marcel. Machen wir weiter mit Kavios. Hier würden wir spekulativ jeder 500 Euro, weil wir die Sache gut finden. Das ist sogar etwas, ja ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, 500 Euro da mal rein zu investieren. Genau, man will halt nicht ewig viel Geld verbrennen, aber es ist halt am Ende des Tages trotzdem spannend, eigentlich investierbar. Die Story ist sehr gut, aber das war sie auch bei Wirecard. Machen wir weiter mit Fastly. Auch hier würde ich 500 investieren, wenn ich 10.000 investieren müsste in die 5. Ja, um einfach mit dabei zu sein. Das mit den Knotenpunkten macht schon Sinn. Das versteht man auch so ganz einfach, aber ich sehe immer noch nicht den Vorteil gegenüber Cloudflare, Akamai. Du mit zweieinhalb? Genau, weil ich den Markt viel zu groß sehe. Also es ist ja wirklich, die Datenströme werden sich noch so, 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 so vervielfachen. Also es ist ja auch ein expeditionelles Wachstum, was wir da sehen. Allein wenn 5G kommt. Ja, genau richtig. Und dann die Online-Games, das ist auch eine Riesengeschichte. Daher sehe ich da eigentlich, da kannst du wirklich auch blind rein, würde ich behaupten. Ja, da sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, wir werden Fastly noch ein paar Mal hier im QuickCheck haben. 2G Energy, hier würden wir doch 2.000 Euro dann auch investieren. Es ist ein grüner Anstrich für das Depot. Blockheizkraftwerke sind sehr energieeffizient, CO2 arm. Deswegen sind wir hier mit dabei. Sie produzieren Strom. Finden wir, ist eine gute Sache. Ich glaube mehr, also ich habe nicht mehr dazu zu sagen. Nein, das passt schon 2.000, solide. Dann haben wir jetzt schon insgesamt 10.000 Euro investiert. Ich fand, es war wieder spannend. Und wir sehen eigentlich auch immer, wenn jemand in sowas investiert wäre, würde ich schon sagen, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das stimmt. Also es gibt für mich jetzt hier keinen, der völlig ein K.O. wäre. Kavios natürlich mit großen Fragezeichen, muss man wirklich sagen, hoch spekulativ. Da muss man gucken, dass sich hier Substanz aufbaut. Und wer da mehr Ahnung hat, schreibt uns das super liebend gern bei uns in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, wir machen dem Vorhang zu. Genau. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Wohlenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. 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 Ciao.